Koffer, hopper! Koffer, hopper! Koffer, hopper! Ich finde mich so toll, wenn ich eine Frau wäre, ich würde auf der Stelle weg so einen Typen wie mich nehmen. Man behauptet, ich sei die rechtsrheinische Antwort vom Glöckner von Notre Dame. Hast du Kinder? Noch nicht, dann. Ja, ja. Als Bäcker, wann soll man die auch machen? Ich glaube, der mag mich! So wie blöd hältst du mich eigentlich? Ziemlich, ja. Dick ist das. Dick und dann bist du doof, ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Krankenversicherung den Leuten so aufs Auge drücken, das geht doch nur mit Kranken. Andere unterscheiden noch gar nicht. Dankeschön, dann macht man sich über Minderheiten lustig. Was versteht ein Polizist unter Arbeit? Also ich würde dazu sagen, ja... Normale Bürger anscheißen, ja? Ist doch wipsig oder nicht, oder? Man kann deinen Kopf jetzt nicht sehen, oder vielleicht ist es besser für den Zuschauer. Das ist hier keine Schlagerparade, wo man mitglascht, oder? Das ist... Koffer, hopper! Am Sonntag, den 26. Mai um 21.10 Uhr packt er aus. Zum ersten Mal bei Tele 5.